3, 1, Argentinien, 0, unser Torschüsse mit der Nummer 19, Mario, Götze, Mario, Götze, Mario, Götze. Ja, das ist also die Euphorie, die sich jetzt losgetreten hat, nachdem Deutschland Weltmeister geworden ist. Die Deutschen ein sonst sehr ruhiges Völkchen. Heute rasten sie aus. Nun ja, ist eigentlich nichts Besonderes. Das vierte Mal in Folge. Was soll's? Aber aus, aus, das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Hammer, Hammer, Götze, danke, danke, danke. Ja, das war's. 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 Argentinien 0! Jaaah! 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 Jaaah, was soll ich sagen? Ich befinde mich nun vor dem Rathaus hier in Hannover. Eigentlich nichts Besonderes, wenn man das mal betriebswirtschaftlich betrachtet. Elf Männer haben ein Tor geschossen in 120 Minuten. Ist nicht viel, aber aus! Aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister! Aber betriebswirtschaftlich betrachtet ist es keine so hervorragende Leistung. Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch! Genial! Danke! Grüße aus Hannover, euer Kaiser von Hannover. Alles Gute zur Weltmeisterschaft, das vierte Mal. Und ja, alle 24 Jahre, dann sehen wir uns in 24 Jahren wieder. Zum fünften Stern, vielleicht auch eher. Tschüss, euer Kaiser von Hannover. Und jetzt wird noch ein bisschen gefeiert. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017